Rihanna stellte ihre Figur definitiv zur Schau in New York City. Die 25-Jährige sah toll aus, als sie in dem knappen Minirock und der sehr tief ausgeschnittenen Bluse ihr Hotel verließ. Das ist mit Sicherheit eine Art und Weise, ihr neues Single-Leben zu genießen. Auf dem Weg zum Auto posierte sie mit Fans. Sie wollte zum Dinner in dem Restaurant da Silvano. Obwohl sie glücklich aussah, hat Rihanna doch ein gebrochenes Herz, nachdem ihr Freund Chris Brown verriet, dass sie sich getrennt haben. In der Radioshow Kylie und Jackie O verkündete Brown, dass er Schluss gemacht hat, weil er zu jung sei, um sich niederzulassen. Später, als sie im Rahmen ihrer Diamonds-Welt-Tour in Brooklyn auftrat, gab die Sängerin zu, dass sie im Moment verwirrt von der Liebe sei. Aber zumindest zeigt Rihanna Chris, was er verpasst.